Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town! Mit dabei ist ... Der... Ho-ho... Der Reaper ... Der Mr. Wo sind die Herr da? Traitor ... Ja ja ... Äh, Tina Woodger. Hallo Der Detective-Cyber precision Gestalt Miles aufstellen wenn man hier weiter in den Wald geht ist man irgendwann bei Slender Richard Beam Meile D Ok das war nicht meiner Der ging auf den Täter Johanny sagt direkt ich war's nicht Weil jetzt sonst immer gleich die Aussage kommt Ja, ja, Honey ist es Der ging auf den Täter, jedenfalls sollte der mich umlieben Also ich war's auch, ich bin auf den Schaden Oh, Epa Ich hab's gar nicht in den Sinn, der da Ja, 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 wen denn? Ich hab ihn nicht geschockt, ich weiß nicht mehr wo der gelandet ist Du verfolgst den, ok Verfolg den, hab ich gesagt Verfolg den Hab ich gesagt Keine Ahnung wo er hinten ist, kein Plan Dann such ihn Meinst du mich jetzt oder was? Wo war'n der? Ist denn wer konfirmt? Dann such ihn Ist Axe frei zum Abschuss oder was? Ich hab nicht mehr was gemacht Axe ist frei zum Abschuss, darf man Axe ja schießen Wer auf mich schießt, dem schieß ich auch Wer auf mich schießt der wird abgeschossen Ja, was sagt der Nettentaktiv? Ich hab dir gesagt, dass Ex ist! Reepa ist schon einer Pro Traitor. Wie, wie? Ex und Reepa sind T? Hab ich so richtig gehört? Hey, 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 hey! Hey! Ex-Hörer, hallo! Musst du dich mal an Trott steigen? Du siehst mich! Ich hab nicht gesagt, dass Leute töten! Wie ein Ninja! Oh nein! Du siehst mich! Ich hab nicht gesagt, dass Leute töten! Ich hab nicht gesagt, dass Leute töten! Wer schießt? Wer schießt? das war also klar dass der den Frenzschiff geschossen hat Wollte schon haben, was ich notebooks zurück ich wollte nur sich Thought dass man das hört Jetzt willst du auch wer den Fenster beschossen hat, den ich will über die Saison wieder sehen. Soll dir auf den Hinterkopf gehen? Nee, es ist ja wohl. Ich hab nur Wanwan Kopf auf den Hinterkopf gegeben. Sollte ich doch machen. Ich hab nur mein Befehl ausgeführt. Ist der Titel befohlen? Weißt du, wo der ist? Nope. Kein Plan. Du, dass ihr kein Plan habt, wo ich spende. Wenn du einen siehst, sagst du die Hexen, wer ich bin nicht hinterlässt. Meins leger auf zu singen, das hört scheiß. Wo bin ich, Cybernet? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist, weißt du? Ich lebe auch noch. Eben. Ach, das ist ja keine Herausforderung. Siehst du, kannst du das Bruchbootenhaus rein? In welchen Bruchbootenhaus? Ja, ich weiß nicht, was du als Bruchbooten zeichnen würdest. Wo, wo die... Ach, das ist Johanni! Johanni lebt wieder! Was? Johanni lebt? Ich hab heute keinen Aim, ey. Nee. Tschüss, Exe. Ich hab keinen Bock mehr. Ne, ist dort. Ah, nee! Boah, nee, nee, nee. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab gedacht, ich wer für ein Blasen war. Was ist denn mit deinem Aim, Louis? So fitz, ey, es geht so. Von wem? Ja? Oh! Oh, man. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab... In kurzem Moment vergessen gehabt, dass Johanni ein Traitor war. Und hab kurz überlegt... Oh, nee, das ist ja gar nichts. Du konntest bei meiner Aussage vergessen, dass Johanni Tee ist? Sie hat mich so genervt, dass Johann nicht mehr hingehört hat. Oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Shotgun. Ich hab dir zu. Die Waffe überhaupt nicht. Sie sind hier sehr selten. Ich brauche unbedingt überhaupt eine Waffe. Ja, ich brauche auch mal. Nix bis da. Ach, du solltest du nicht. Oh Gott, eins schon. Ich hab nicht mal eine Waffe, nein. Sorry, warte, warte, lass mich jetzt zu unterwenden mich jetzt erschießen. Ich hab keine Waffe. Leute, gib mir die Waffe! Oh nein. Da ist der, ähm, shoppende Reaper gewesen. Das ist aber der Schocken. Ja, mein Rifle. Stopping Queen, ne? Ja gut, aber der shoppt ja nur Weihnachtsgeschenke derzeit. Man passt hier hinter, wie cool. Ach, der Dettel. Ja, 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 ja. Hier, der Dettel ist da, ne? Ihr habt doch gesagt, ich sehe nicht, ich verfolge mich nur. Ist ja nicht schlimm. Gibt ganz schön dunkle Ecken hier. Ich will gucken, ob es hier um Waffen gibt. Waffen. 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 Oh, hier kommt ein Sturm. Da gehe ich aufs Dach. Wo? Hier ist der Ort. Wann war der war so schlecht? Na, wo kommst du denn auf einmal her? Das war ein Konflikt. Ich hab gerade festgestellt, dass du im Turm rumlaufen. Ich fand den... Au, au. Voll cool. Hab ich es noch. Hey, das ist der Schneemann getötet. Yeah. Er war T. Er ist ein Mörder. Wie? Der Schneemann war T. Der Schneemannmörder. Der SKS. Oh, Reaper war's. Ja, er ist aber explodiert. Hat er jetzt jemand mit seinem Märtyrer mitgenommen? Weil es hat sich wie ein Märtyrer angehört. Meinst du? Es hat sich wie ein Märtyrer angehört. Ja, ich hab nur ein Bumm gehört halt. Ja, aber das war das Märtyrer-Bumm. Ja, okay. Ja, du warst näher dran deswegen. Nein, das ist ein Spring Mine. Ähm, der Deter ist gestorben und ist vermutlich an der Märtyrer. Sein Ernst? Kann ich mal direkt vor dem Deter hochwerfen? Kann ich mal direkt vor dem Deter hochwerfen? Was? Sag mal, warum kriegt der kein Damage? Nein, das ist nicht mehr geht, Exel. Nein, das ist nicht mehr geht. Das geht nicht mehr. Ach so, ist auch okay. Ja, konnte ich nicht wissen. Wusste ich nicht. Vielleicht. Hatte ich letzte Woche aber schon abgeschaltet, aber ist okay. Echt? Letzte Woche war's wieder. Nein, letzte Woche war's nicht da. Also. Okay. Ich... Lass mich schneller runter. Den Witz habe ich gestern bei GTA schon gemacht. Oh Gott. Bis Reaper. Geht ein Mann um die Ecke. Das war nicht witzig. Was fehlt? Was fehlt? Der Witz. Der Witz, ja. Ach Cyber, jetzt das hast du gut verraten. Ja mein Gott. Nein, nein, das war ein gemeinsam erzählter Witz. Das ist ne Schande. Das ist ne Schande. Als wäre das ne Schande, weil das ist so ein Witz-Spoiler. Ja ne, ist klar. Eine Schande. Das ist ne Schande. Weißt du, jetzt laufe ich hier bis ans Ende des Universums, was finde ich? Die USP. Du hast ne Rifle, oder? Ja gut. Uh, Fliegel. Johnny, du hast ne verwackten Skin. Das ist äh... Da ist ein Riesenraum. Da ist nix drin, außer der Schatten und der Fliegel. Du hast verwackten Skin, das ist echt nix in Ordnung. Kauf dir mal ein besseres Skin. Das ist das TTT Grundausstattungspaket. Riesengroße Raum. Zwei Waffen drin. Fertig. Hm. Aber Reaper, er steht vor mir. Nimm die Springbein, wirft die da hoch. Oh, das hab dich mitgenommen. Achso. Wie jetzt? Da lag der Springbein und ihr seid beide rein, oder was? Nein. Er hat die Springbein direkt vor mir geworfen. Hab ich ihm mit dem Headshot gegeben und dann ist er hoch gegangen. Ich bin gestochen. Hallo, Echse. Hallo. Sie läuft. Okay. Wollst du... Ne, das ist was. Ja, ja. Zweimal schießt du. Ja, voran wir. Du wolltest mir den Weg gehen, weil ich denke, Sto Hadi ist. Ich hab nur ne Verdächtigung geäußert. Nein, wo ist dein Auto? Nein, wo ist dein Auto? Ich verdächtige Echse. Ich verdächtige Echse. Du bist das, weil du das ist. Du bist das. Ich verdächtige dich, weil du zuerst runtergelaufen bist. Und dann auf einmal mich perfekt in diesem einen Raum da gefunden hast. Jetzt hättest du mich jetzt Target. Dann hätte ich schon echt um mich gebraucht. Jetzt läuft es mir auch nach. Jetzt läuft es mir auch wieder nach. Ja, wo bist du? Da, richtig auch nicht. Wenn du mich findest, dann bist du Traitor. Ich hab Wasser? Anscheinend. Und wer shoppt da hinten in der Ecke? Wo shoppt jemand? Hier war eben einer. Weil jetzt Weihnachtsgeschenke so eine Taube finden. Das hier finden wirst du mich vermutlich nicht. Das ist ein Eindruck. Du überdenk meine Verdächtigung nochmal. Sag mal, was? Ja, will ich auch machen an deiner Stelle hier. Trotzdem, du bist immer noch Verdächtiger als andere. Iglu-Fischstäbchen. Oh, ich hatte Iglu heute, äh, gestern Iglu-Fischstäbchen. Äh, alle reinigen. Und jetzt am besten nochmal, ne? Äh, Navos, die können wir ja hin. Noch jemanden aufstehen. Echt Stimmchen hätte ich jetzt nicht in den Hunger. Nein. Da hinten war doch grad Exe. Exe hat grad auf einen geschossen. Ja, ich find Exe ist es. Exe ist T. Ich hab Exe da neben mir geschossen, um Akt einzujagen. Sowas macht man nicht. Johanny verfolgt sich wieder. Ja. Ja, wo hat man das geschossen? Ja, wo hat man das geschossen? Wurde jemanden geschossen? Will er die anpinkeln oder was? Den brauch ich. 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 Den brauch ich auch. Also sorry, ich hab neben jemanden geschossen, es hat niemand Schaden genommen. Ja, und? Der hatte erst so einen verpackten Skinder, Sniper hab ich nicht auf jemanden drauf. Und zweitens hab ich keinen getroffen. Ja, du auch, siehst du. Ja, du auch. Du hast den Shotgun, das ist aber effektiv. Ja, klar. Ja, klar. Wer ist Getown? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer auf wenig geschossen hat. Ja, klar. Ich hab einmal neben irgendwen geschossen, der da in der Distanz stand. Ach, halt. Ja. Wenn ich gleich tot bin, es ist Johanny. Ich mach einfach nur mit dem, wo ich bist. Wir sind immer noch mit Slow. Ich hab tatsächlich nicht mit Slow und Slow. Erstmal hat hier bisher niemand irgendeinen Anhaltspunkt, dass ich sein soll. Also wenn schon, denn schon, ne? Zweitens, falls jemand einen Anhaltspunkt haben sollte, dann stimmt dieser nicht, weil ich's nicht bin. Ja, ja, Excel. Wir müssen erst mal auf der rechten Spur. Und drittens, Johanny ist es, weil er mich schon seit Rundenbeginn verfolgt und mich als Target hat. Ja, klar. Glaub, dann wärst du auch schon tot. Ja, weil ich die ganze Zeit in dem Moment weggegangen bin. Nein, du bist gar nicht so hoch. Ich bin wirklich besser mit dem Weihnachtsbaum da. Ja, das heißt. Wo bin ich nicht? Du bist nicht hoch. Das find ich jetzt nicht nett. Das hab ich nicht verloren. Ich hab gerutscht. Ich bin gerutscht. Das war falsches Deutsch. Johanny hat mich runtergeschubst. Das funktioniert. Ja, klar. Wir müssen einfach nur zu blöd zum Springen. Ich bin nicht hoch. Ich bin bestimmt nicht mehr seit 5 Jahren nur länger mit nem Schlitten gefahren. Geh rutschen. Johanny wird immer Verdächtiger gerade. Die funktioniert. Ich hab mich bei der Rutsche ein bisschen verletzt. Ich hab nur 5 Minuten stehen. Ja, klar, Excel. Ich mach einfach die Kipps weg. Und wenn ich, guck mal, wenn ich es wäre, würde ich dann... Wenn ich tot bin, ist es ein Serverball. Hallo. Ja, wenn ich... Ich bin freiwillig runtergeschubst. Aber würde ich das machen, wenn ich Traitor wäre? Nein. Na ja, um jemanden zu verdächtigen. Wollen wir was getauschen? Ich sag's. Ich hab den Kriegel. Ich hab den Kriegel. Komm ich auch. Es gehört alles zur Taktik. Wow. Ihr macht mir freiwillig 55 Schaden. Das hab ich noch nie gemacht. Sagt er. Ja. Es war die Hoffnung. Ich hab zwar eine SG. Ich hab zwar eine SG. Ich hab zwar eine SG. Bist du jetzt ganz selbst direkt gestorben, Johanny? Hä? Was ist das denn hier? Wir sind da dran jetzt. Haben Sie gestorben? Nee, er ist im Wald. Ich hab ihn. Ist im Wald. Es ist gar nicht so kalt. Hab ihn, hab ihn. Ist gut. Der Mann, der Wald. Äh. 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 Gut. Ich hab Johanny hier drauf geschossen gehabt. Deswegen war er hört. Ähm. Ich hab den Dete zur Leiche von Exel gecurlt. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich nehm nur die Leichen. Dann aber nur noch Wann war und Cyrobat. Ihr könnt euch duelieren. Echt? Mach das bitte ganz episch auf der Straße. Wie im Westen. Wilden Westen. Hab ich da... Wobei, stopp, stopp, stopp. Snail läuft hier auch noch irgendwo rum. Ah ja, gut. Seid denn er ist tot. Ja, wenn die Leiche von Snail... Äh, hier hat jemand ein Messer genutzt, oder? Pfff. Oder hier hat sich jemand... Ne, wie heißt das? Erbrochen. Nee, ist auch. Mit der Seine Snipes, nee, ist das. Nee, ist das. Ne, ist das. Auf dem Dach. Auf dem ganz großen Haus. Auf dem ganz großen Haus. Ne, ich seh das. Das ist eine Snipes. Ich benutze sie selbst immer. Also... Das ist... Sleid abgelaufen? Ja. Ja. Time has one out. The Tate has loose. Funktioniert eigentlich das Ding doch, das mit... Mit einer halben Minute drauf. Hat das... Hat da mal jemand von euch noch geachtet? Puh. Gutes Tage. Aber du wurdest ja als Antiker umgebracht, oder? Ja. Ja, stimmt. Eine halbe Minute könnte es sein, ja. Und du wurdest umgebracht. Also zwei Leute waren tot. Ja, aber zählt man selbst? Das ist auch tot. Ja, ich glaub. Ja, Trader 10 auch mit. Echt? Mhm. Jeder trug. Aber Johadi, das war so offensichtlich, dass du das Target hattest. Ja. Du hättest mich etwas früher umbringen. Vielleicht. Hey. Der Kill da hinten war eigentlich... Der hat sich irgendjemand direkt übergeben. Ich hab nur durch Zufall in die Richtung geguckt. Ah. Ja. Oie, Detective. Oh nein. Oie, das war an war. Die Kombi. Atmen plus Dieter. Auge gegen Sniper. Auge gegen Sniper. Detektiv-Befehl. Nein. Warum nicht? Warum Dieter-Befehl dafür schon? Weil es Dieter-Befehl ist. Ich darf das. Ich bin Detective. Was ist Dieter-Befehl? Achso, du darfst Dieter-Befehl. Ich darf keine Sniper verwenden. Von Exit darf keine Diegel verwenden. Okay. Wenn entsprechende Waffen gefunden werden, haben sie direkt abgeschossen zu werden. Ich sag dir jetzt mal. Das ist nur die einzige Sache, die ich vom Dieter nicht irgendwie, nicht mal andersweise befolgen werde. Weil das ist für Arsch. Ja, weil du eine Spaßbremse bist. Also bitte Detektiv-Befehl, Zauberbott. Abschließen, danke. Warte, warte, warte. Bleib kurz stehen. Warte mal, wo ist Fiberbott? Wo ist das? 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 Ey, das ist doch ein Detektiv-Befehl jetzt, oder? Das ist, so haben Demokratien vor 70 Jahren funktioniert. Ey, ey, nein, 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 nein. Da hat der Bloody-Neif trotzdem mir geworfen. Er hat's auf mir geworfen. Das confirm. Dann confirm. Er hat jetzt geschossen. Wer hat dir geschossen? Wer hat hier geschossen? Ich hab auch nicht geschossen, muss ich dazugehören, warum gehts nicht. Dete, ich hab das bloody knife. Alles klar. Aber hier sind keine Credits mehr drin gewesen. War sonst noch irgendeiner hier? Ach du Kacke, vier Credits. Du hast nur noch 15 Sekunden zu Wanderern. Ich hab ja auch nur noch eine Navo. Oh. Schade. Wofür sag ich's noch, das war ein Fehler? Ach man, ich hatte zweimal sahen und dachte, ich könnte das ausreden. Was steht denn jetzt? Ich konnte nicht einfach wegsnyten. Ja, du hast dich ja nicht getroffen und dann hast du mich mit dem bloody knife auch noch verfehlt? Ich hab auf dich gezielt und das ist links an dir vorbeigeflogen. Ich weiß. Aus welchem Grund auch immer. Ich hab das so witzig gefunden, weil ich mich auch bewegt hab. Aber ich fand das so witzig. Weißt du, in dem Moment hast du dich sogar nicht bewegt. Doch, doch. Ich bin mir nicht sicher, aber kann sein, dass du dich in dem Moment bewegt hast. Aber so witzig, weil ich hab das am Anfang gar nicht gesehen. Ich sah nur wie so eine kleine Scheibe rumfliegen. Hä, aber wie hast du es dann gesehen? Da ist das an dir vorbeigeflogen und ich hatte es schon aufgehoben. Ne, ich hatte es am Boden, am Boden lag es. Nächste Runde, alte Runde vergessen. Lag uns am Boden. Darum hab ich es gesehen. Ich spawne ich immer nebeneinander? Das ist ein bisschen creepy. Ein schönes Liebespaar. Habe ich hier nen Love-Button? Ne, aber den hier. Oh, Sasso! Ja, wie gesagt, mal nach Gamescom, du kriegst immer noch Beschädigungen. Dann erinnert sich nicht. Ich hab die Geister schon gesagt. Was machen wir hier? Äh, den Kopf versuchen auf die Straße zu rollen, aber die Kante ist zu hoch. Ist das die Mimmo's Edge? Ey, jetzt hat er ein Law. Äh, das nennt sich Geschlechtsumwandlung. Der war mal außen fleißig mit Wanwar. Wanwar hat mal nen Witz gebracht, der wirklich lustig war. Das war jetzt ein normaler Captain. Der war etwas ulkig. Mein Kopf. Also wer da oben auch immer randaliert hatte, sollte aus dem Raum rausgehen. Hey, da flog was. Äh, außer ich im Raum. Ich bin da oben gar an den Korn gesprungen. Ey, weg da weg da weg da. Wann war weg da? Wann war die, ist nicht ins Fenster gesprungen? Ich hab ja verfehlt. Oh. Was? Wo explodieren die Dinge? Ich bin übrigens da oben, hab übrigens da oben randalieren, aber bin in dem Moment aus dem Fenster gesprungen. Randalieren. Randalieren. Alter, das sieht hier aus wie so ne bestimmte Nacht. Das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter, oder? Mhm. Ich weiß, wie war mit Harry Potter. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Oh. Hier brennt. So. Ich hab die Scheiben in diesem Haus zerstört. Du hast... Nein. Du standst rum und hast gegen die Wand gestarrt. Nein. Ich weiß ja nicht. Ich hab das gegen Namoka übrigens. 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 Also das nächste Mal... Ich werd immer als Trader beschuldigt, wenn ich innocent bin. Und immer wenn ich Trader bin, hätt ich mir als Trader beschuldigt. Also ich, ich würd ja mal behaupten, ne Dosis von 5 Gramm Methamphetamin am Morgen. Ist nicht gut. Da bildet man sich plötzlich... Ja, ich weiß nicht, aber dass du Trader bist. Da bildet man sich plötzlich Dinger ein. Wie... Er hat geshoppt. Ja. Du, komm ja okay. Jaja, klar. Ich shoppe die ganze Zeit. Ne ist allerdings auch am shoppen. Und Navo. Was? Allerdings ist auch Johannia am shoppen. Beim Schießen. Jaja, und Reaper. Reaper und Cyber. Cyber shoppt die ganze Zeit T-Items ein. Ja. Die ganze Zeit. Richtig. Ich würd ihn eigentlich schon erschießen. Das ist so richtig offensichtlich. Hat sich hier einer... Offensichtlich ist es Cyber. Und ähm... Und äh... Boxkampf zum Tod. Du und Exel, wann wir auf geht los? Ja genau. Boxkampf zum Tod. Ja genau. Weil er auch noch keinen Schaden hatte. Der hat kein Savage bekommen. Ich hab dich fünfmal geboxt. Du hast keinen Schaden bekommen. Du hast mir schon vorher Schaden gemacht. Steht im Befehl. Nein, hab ich nicht. Nein, deswegen hab ich ja nur 77 durch dich. So, es war noch Boxduell. Detektor für Fe. Wir müssen Boxkampf machen. Bleib stehen. Ich brauch aber wenigstens gleich viel Schaden. Wer hat noch Schaden? Ja. Nee, brauchst du nicht. Das Ganze setzt sich zu scheitern. Mann war erschießt sich gleich. Mann war erschießt sich gleich. Mann war erschießt. Habe ich getroffen. Kann der Körper auch noch? So. Jetzt Boxkampf. Boxkampf. Exel erschießt mich. Cool. Hä, du hast mir 50 Schaden gemacht mit einem Schub. Sehr cool. Es ist schwarz. So, Mr. Reaver, was haben wir jetzt hier so verpasst? Die Todesursache ist ja jetzt anders. Da ist ja jetzt ein Totenkopf. Und Wann war hat noch nicht konfirmt, oder? Doch, doch, Udo. Ich kann ja auch callen noch. Ja, ich steh hinter dir. Aber es ist ja. Oh, ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst, ey. Lass mich mal durch, Wann war. Ich geh mal hier durch. Da stand doch eben noch der Dete. Äh, der stand da vielleicht. Nein. Aber der Dete ist ja Tee. Warte mal, das gibt's noch. Ja, bitte. Wer ist das denn hier? LUL! Ich bin Freude anzünden. Ich bin Freude anzünden. Ich bin Freude aber auch anzünden. Äh. Erfreude. Aua. Was? Was? Warte mal. Ähm, warte mal. Äh. So, das Fass da hinten, ne? Äh. 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 Nein, Mann. Das war gut. Hey, ich hab doch eben noch der Dete. Äh. Äh. Aber jetzt war immer noch. Warte mal, guck. In der Sicht da steht Stay. Oh, ist der nicht nah? Wo ich kriege mal hier weg. Hey, weißt du, ich kann dir was Freude anzünden. Aber du hast geschummelt, wo aus der Box kam. Ich, ich, ich wollte dich auf dieselben Schaden bringen, wie du mich gemacht hast. Ich hab dir gar kein Damage gemacht, denn er hat den Sets zuzuschreiben gehabt. Ja, genau. Ich bin, ich bin wahrscheinlich... Ich hab hier ein Damage gemacht. Der hat ne ganz andere Shotgun in der Hand. In der letzten Runde die Diskussion beendet. Fertig. Aus. Stop. Jetzt haben wir noch vier. Jaja, sechs Sekunden haben sie noch, aber... Noch haben wir sechs Sekunden? Ah, das kriegen wir hin. Ja, immer bitte, soweit preparing abgelaufen ist. Bauch vorbei. Ex- Ah, ja. Oh, Detective. Soll ich mir die Detektive-Befehle durchgeben? Nein. Bloß nicht. Cyberpunk kriegt keine Auge. Ich hab ne Shotgun nicht mehr genug. Und kriegt keine Deagle und keine Shotgun. Der darf keine anderen Waffen verwenden, außer eine P-228. Oh, die kann ich noch geben. Detektive-Befehl. Ja, Peter, sie macht sich grad nicht nur Feinde. Und? Töte mich ruhig. Starobot? Was haben sie für ne Waffe? Das ist keine P, noch was. Also darf ich nicht erschießen. Nein! 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 Ups! B ist beglaubt, der schießt wirklich! B ist beglaubt, der schießt wirklich! Du hast keine P! Ich hab auch keine P! Johanni, warum gehen sie in die Drei? Weil ich auf jemanden warte. Achso. Ja. Mhm. Da kommt ein Snail. Wenn Cyberbot jetzt tot ist, ne? Ich geh dann in die Eins. Nee, das ist die Vier. Ich geh doch! Ich geh doch! Ich geh doch! Welche Vier, welche Eins? Ich checke gar nicht mal. Hier ist die Zwei, da ist die Vier und das ist die Drei. Wenn du sagst, du bist tot. Wo habt ihr die Nummern her? Die stehen neben der Tür. Ja, ich bin tot! Achso, ja. Dir kämpft man relativ schwer. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen, wenn man so, ich bin tot, wenn man tot ist. Gucken wir mal, was du in Eins machst, Wanwar. Hm? Gucken wir mal, was machst du in Eins? Ich, äh... Ups. Der Lickle Rifle. Der Dings. So, hier. Der Lickle Shotgun. Was ist das denn? Mensch ohne Namen? Er hat keinen Namen. Namen los. In die Nacht. Namen los. Da, Wanwar, wo bist du denn hin? Wanwar hat sich in Luft aufgelöst, der ist Traitor. Wenn nicht, er auch schießt Wanwar ab. Ja, stimme ich zu. Na ja, ist klar! Er ist dir jetzt Haus reingegangen auf einer Wanwar. Nein, Wanwar. Ist klar. Oh, Dete! Sag mal, wie bist du denn hier rausgegangen, ohne den Ausgaben? Ich soll's nicht machen. Also ich hab, äh... Also es gibt so eine Leiter, ne? Nö. Die ist halt... Natürlich ist Handstau. Nö. Du weißt, ich bin das ja nützig, wenn ich das Sniper hab. Ja, Pech gehabt. Nein, nein. Na, wo kam? Ich bin dagegen. Wo ist das mit der Schrotze klarkommen? Okay. Alle sind sie dagegen. Mir ist einer dafür. Okay, ich dachte, ich krieg mehr Schau. Wieso kommen jetzt eigentlich alle hoch? Ja, keine Ahnung, weil der Dete hier oben ist. Wer ist Harrofüllgrabe? 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 Wer ist der Erdwander? Au! Jetzt ist aber jemand gestorben, glaub ich. Na wo? Wieso ist der hier nicht hinter dir gestorben? 19... 18... Tauber. Ich weiß es nicht. Ich hab grad voll die Schmerzen bekommen. Au! Ich denk an Tauber. Nein, 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 nein. Aber Tauber! Ja, das Cyberbot ist es. Ja, das Cyberbot. Ja, das Cyberbot. Wow, nein, auf, auf, auf! Was? Wir leben doch. Ups! Wir leben doch weiter hier. Boah, ich hab beide erschossen. Und die Fades regelt! Äh, äh, äh... Alter, was? Wo ist der Molly gelandet? Ach, da hinten! Ja, was ist denn hier? Oh, ich bin auch krass. Ich auch. Ach gut! Gut, 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 dass der Molly was zockt im Haus ist. Der Molly hat da zur Hälfte getroffen. Hat mir zu zig Damage gemacht. Ja, aber Reaper, du bist schön geflogen. Nee! Boah! Das Problem allerdings, Johanni, war, du hast am Anfang nicht ganz so gehört, was ich gesagt habe. Äh... Du hättest mich nicht töten können, nur wenn sie gesagt hättest du mich nicht töten sollen. Inwiefern? Weil ich gesagt habe, dass ich am Anfang schon einen Fate habe. So. Hol dir einfach immer, wenn du ein Date als Target hast, Fade. Nee, das will ich nicht prinzipiell sagen. Doch. Nee. Außer du bist... Oder immer kurz irgendwie rausfinden, was der Date gekauft hat. Ja, ja. Das ist ein bisschen... Intelligenter werde ich fast behaupten. Nee. Ist langweilig. Oh, ich brauche mir ein Schlafen. Schlafen! Das war keine Melonenmine. Ich will den nächsten Tisch als Schlitten kommen. Tisch Schlitten... Ey, das bleibt immer noch auf uns. Alter! Das war Millimeter krass. Das war auf den Tisch! Das war auf den Tisch, Mann! Das war auf den Tisch, Mann! Das war auf den Tisch, Mann! Das war Millimeter! Der ist da, wo ihr gerade noch fahrt, ne? Der ging, glaube ich, auf Reepa und Navo. Also, Reepa und Navo sind Inno. So, meine ich damit. Der Friendship ging wirklich genau auf uns, bewegt uns hier nicht. Der ist direkt neben uns. Der ist da beim... Also, da, wo ihr gerade noch fahrt, ne? Ach, ist der wieder verpackt, oder wie? Nee. Nö, nö. Telefon! Wer hat da ein Telefon in der Nähe von der Boxen? Oder Headset, wie auch immer. The Friendship ist weg. Ich habe gerade geguckt, also bei mir was, glaube ich, nicht. Mir auch nicht. Excel, Diegel. Oder meinst du nicht diese 25-Hertz-Dinger da? Ich habe hier gerade eine Leiche... Ja, dieses Brummen, ne? Naja. Achso, das Brummen vom Headset. Ja gut, das kann ja durch andere... Ja, nein. Ähm... Oh, Mann! Ich bin... Warte mal! Ne, 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 warte mal! Ich bin hier... Unschuldig! Diegel. Da macht doch wenigst... Da macht doch... Zumindest noch eine Vermutung, wer es war. Schnell! Sag einen Namen! Sag einen Namen! Schnell! Schnell! Was? Diegel. Diegel. Da bin ich unschuldig aus dem Konfirm, ich hier gerade leicht nicht finde. Also... Ich bin eigentlich gerade sehr sozial zu allem. Weil hier sind zwei Leute so Friendship tot. Sehr sozial? Ja, Weeper, äh... Ist ja Inno. Also Johanni und Cyber, ihr könnt ausrasten. Ja, ihr könnt ausrasten! Ja, toll! Ich darf ausrasten! Endlich mal wieder! Yay! Wieso ist es nicht Reaper jetzt mal ohne Scheiß? Warum ist es nicht der... Weil, äh... Weeper... Ja, ich sag mal so fünf Zentimeter neben Narvoka-Stein. Achso, da war der... Als das My Little Pony kam. Als das My Little Pony kam, ah! Okay! Hey, that's the pony! Äh... Aber das Faustzuelle machen, oder? Ja! Wo bist du? Denk ich auch. Einfach kurz stehen. Nein, verpiss dich! Nicht? Nein, ich mein... Hm? Was war? Äh... Da geht doch... Äh... Äh... 1,50 plus x... Nein! Oh! Ah! Nein! Schön! Ja, ich hab's gemalt, Johan! Ich bin wieder blöd geflogen! Das war richtig... Also... Du sagst, wenn Reaper in uns dann ist, können sie nicht Sniper und Johanny duellieren! Ja! Ist das nicht klar, dass beide sind? Ja, ja! Deswegen hätten sie sich ja... ...duellieren können! Und dann hab ich ein Leiche fliegen sehen, die... Richtig schön! Friendship! Ich denk mal, ich hab noch auch ein... Ich hab extra mal ein Friendship drauf! Ja! Was sagt die Zeit? Äh... Die Zeit sagt 27, letzte Runde! Ja! Oh, schon! Was ich zum Beispiel wüsste, ich sag, ist, dass... Dass ich... Äh... Exe und danach direkt Sniper als Tiny hat und ich direkt beide mit dem Friendship gekillt hab! Das... Ja, gut! Bei... Metal Beam-Tage... Falsch! Doch! Nee! NICHT! Also wenn mich gleich jemand aufm Klon hier erwischt, ne? Dann ist da was los ist! Hat er ein Radar! Dann ist... Vorhin offen! Und da hat sich einen gewampt! Ja! Bin ich mal D-typ geworden! Näh, D-typ-befehl, Star-bot, darf! Was für eine Waffe hast du? Spielplatz! Spielplatz! Ab auf die Waffe! Die funktioniert! Huui! Nein! Sie funktionieren nicht doch! Nein! Ich tausche hier nichts rum! Du kannst lieber kreuzweise, Alter! Und jeder bin selber... Ich weiß nicht! Bin's immer ich! Warum immer nur... Warum nur immer ich? Weil du mich doch mal auskriegst! Vielleicht deswegen! weil sich das lohnt ich bin zu dick dafür okay dann müsst ihr halt in den organe an die abgeben den dickdarm vorsätze fürs neue jahr den dickdarm hast du dich jetzt mal vom daten du sagst du wer t ist ich schieß drauf was wird das johanni keine ahnung was ist denn auch das haben wir auch gemerkt sag mal so du schießt nur wenn ich sie befehle was war es nicht hier oben auf den tag WTF auf mich auch ok 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 das war ein Traitor der mich 100 pro umregt was war das für ne Waffe da ist Cyber oben der war der Slayer hat gescheit wartet mal es war definitiv ne Sniper Waffe und von dem Haus wahrscheinlich ne hast du live verloren? exakt 100 HP Schaden hat's gemacht hä? exakt 100 HP ah dann wissen wir ja was der Mann hat die die gekauft hat ja ich hab nur 100 Leben also Sniper hat ihn weggeschossen ohne meinen Befehl Sniper hat ihn weggeschossen der in deine Richtung ist nein Entschuldigung WTF was war das denn jetzt? was ist denn hier los? Eskalation hoch die Hände wochenende was soll ich denn hier? was 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 war was denn? warum weißt du nicht das ist doch nicht nett man das macht man nicht fand ich schon komm doch mal komm wir drücken hier ne zum Haus nein wie nein wir hatten die Tauben die haben auch Gefühle aber 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 ach man da was ach man wer hat mit der Splatty Knife ja gut ich würde sagen tschau bis zum nächsten Mal und tschüss 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 tschüss